So, dann wollen wir jetzt versuchen unsere Schweinezucht zu erstellen. Der hat euch. Ach, ist der am Ende auch. Zum Beispiel Diamantenhaar nicht tauschen. Ist der am Ende auch, der muss auf jeden Fall glücklich bleiben. Einmal will er. Da können wir uns noch ein bisschen weiße Marakte abkreisen. Und ich möchte auch noch Wolle tauschen. Wolle ich mir mal ein bisschen was zu sehen. Und wir beginnen mal an den Eilenbogen. So würde ich sagen, dass wir der Thermomentüter freuen. Oh, da reicht die Fritte noch einmal, will ich auch. Oh, halt. Wenn ich mal hier bin, möchte ich gleich mal... Das war doch so... Nee. Oder so rum. Ach so rum was. Das war doch so rum. Nein. Böse Schafe. Und der da weg. Und alle ihre Herrschaft. Oh, nein. Fuck, fuck, fuck. Nein. 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 Gib mir vor. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich muss ihn von der Stadt weglocken. Da ist er, nach wo hin ist. Kick dich, Creeper. Jetzt können wir ihn bei unseren Schafen weitermachen. Jetzt können wir ihn bei unseren Schafen weitermachen. Wollen wir mal hier das wahre. Das war's ja noch in den Schafen. Ich dachte schon, das war's. Jetzt sind wir die scheiß Trieber. Der Diamantenhörn ist scheiße. Wie soll ich denn den Rand kriegen? Jetzt noch zwei Samarabke. Ich sammle es erst wieder noch ein paar Samarabke. Ich will auch mal, dass wir das Pferd reparieren. Ich mach mal eine Holzhobe los. Fangen an zu hacken. Na, wo muss ich abziehen? Scheiße. Hier braucht es bloß. Aus Steinen ist Erfolg, um sinnlos zu bauen. Amen. Oh, ich kann auch nicht sehen. Oh, das ist so schief. in der hohe oder die Anwesstu und so in der hohe So, das Feld noch komplett repariert worden. Ich hoffe, es bleibt repariert. Ich möchte dann später auch mal eine Kür... Die Kürbisse nicht haben. Scheiße. Ich glaube, es wird eine Schweinform bauen. Ich glaube, es wird eine Schweinform bauen. Das muss ich nicht zu machen. Diese Dich-Schwein schuldig! Kompfschwein Schwein 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 haben keine Lust Hä Das macht nötig wohl nicht mit Schwein Hallo Schwein Hier, schau mal Schwein, hallo, Schwein Schlecht modiert ein Schwein gar nicht Kannst du los töten Da kann man Schwein gar nicht mehr züchten Sie züchten Von Schwein gilt also überhaupt nicht mehr O obsessed Ich weiß isho nicht Wenn das verstehe, wie das geben soll Wenn á irre Was die aufgelesen haben, ist das irgendwie... Zombie-MPCs gibt. Oh, zwei Fehler, klasse. Oh, nur Schweine! Pupfen Fleisch wird er haben. 4 x 8 x 12... 3 x Fleisch. 3 x Fleisch. Das ist einmal die Scheiß-Rüftung da. 16 Worms close, hier ist die... 3 x 10... 3 x 9... Das ist ein Creeper, das ist ein Creeper. Scheiße. So, und klipp auf das weg. Hey geil, ich kann den Creeper schlagen ohne dass sie mich angreifen. Ich schlage Creeper. Hey, ist das cool. Ich schlage mir an. Ich schlage mir an. Mann, das sind überall diese scheiß Spinnen! Ok, ich kippe ne Rüstung an. Fuck, du wirst. Zack, 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 zack. So, jetzt hätte ich hier mal richtig ans Ei gemacht. Oh, wie viel Schutz ich jetzt habe. Fickt euch ja Spinnen hier mal. Oh, das ist gleich gut. Ah, hier ist der Steller. Oh, ich verletze, Kino. Oh, ich verletze, Kino. Das ist ein Schmier. Ein Schmier, wo ich jetzt nur noch nieos. Oh, es ist nur dabei, oh, das ist es so. Das war scheinbar alles ein Creeper, ein Creeper. Alter, wir haben ja wirklich keine Chance mehr hier in mich. Und ich kann dieses Schwerp beliebig oft herstellen. Geil. Verbrennung plus 1, das drauf, das schärfes 2 geiles Schwert. So, kann ich anlegen oder was. Jetzt hier noch mal ein Effekt der Rüstung hier. Ich würde mir anlegen, wie ich da. Du kannst zücken, wie du willst, Creeper. So, ich bin schnell, Experten.fm. Ja, okay. Ich würde mir ansehen, wie du willst. Es kann ran, wenn du euch gefeinertest. Oh Gott, Zumbies, weil ich im Leben habe, dass Zumbies, Karotten und Kartoffeln ins Bohr nehmen, die ich haben will. Nein, es gelöst. Der wird sehen. Das ist ein Creeper. Fick dich Creeper. Guck mal, wir haben einen Feier in den Arm stecken. Ein bisschen zu langsam. Ach, wir sind doch gleich so nebenan. Besonders neu ist das sicher. Ach, nicht. Ein Sarby noch auszuprobieren. Ach, ich hab' viel. Viel geht noch. Ich muss gleich noch ein paar Firmen holen. Mal ein bisschen probieren. In unserer kleinen Form wird er groß. Ach so, er hat was vergesen. Ach so, er hat was vergesen. Ich habe noch einen Platz für Rege. Da ist ein paar Creeper hochgegangen. Da ist ein paar Zippensäcke von euch. Und schon damit auf den Hacker. Das ist ein paar Zippensäcke. 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 Ich hoffe das ablegen. Was kann man denn ablegen? Erde. Das ist ein paar Zippensäcke. 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 So, dann töten wir vielleicht mal 3, 4 Kühe. Ich glaube, ich durfte nichts, wenn sie schon eingreifen. Scheiße, ich habe ja nichts mit zum Drahten, aber ich, okay, Cut jetzt, das nächste Mal, ich werde jetzt einstehen, scheiße.